Und damit herzlich willkommen zurück zu Commander Conquer 3 Tiberium Essence im Live-Let's Play. Auf nach Stuttgart! Fabelhaft! Das war ein bemerkenswerter Sieg außerhalb Münchens. Jetzt wiederholen Sie bitte dieses Kunststück in Stuttgart. Und so ist die Situation. Unsere Truppen sind im Stadtzentrum eingekesselt. Die Lage ist ziemlich aussichtslos. Aber wenn Sie die Truppen rausholen, helfen Sie bei der Rückeroberung der Stadt. Jupp. Obwohl Stuttgart von den Aliens kontrolliert wird, hat die GDI mehrere Funksprüche aus dem Stadtgebiet erhalten, die auf versteckte oder eingekesselte Überlebende hinweisen. Eine unserer Einheiten, ein Kommando, konnte seinen Verfolgern inzwischen entkommen. Finden Sie mit seiner Hilfe möglichst viele andere Überlebende und stellen Sie einen Stoßdruck zusammen, um den Alienstützpunkt in der Stadt zu zerstören. Halten Sie die Ausschau nach einem Ingenieurteam. Wenn es unseren Ingenieuren gelingt, unsere Basis in Stuttgart einzunehmen und Defensivsysteme der Stadt zu reaktivieren, haben Sie leichtes Spiel. Lieutenant Fullerton, Sir. Ich konnte die Alienpatrouillen bis jetzt umgehen. Die wissen nicht, dass ich hier bin. Okay. Meine Leute sind in der ganzen Stadt versprengt. Wenn wir die Stadt zurückerobern wollen, müssen wir unsere Truppen zusammenziehen. Commander, die Aliens haben unseren Rakt. Scheinen dieses nicht identifizierte Gebäude zu schützen. Zerstören Sie es. Ja, oder man nimmt es ein für Bonus. Die Integratoren der Aliens haben ein Ingenieurteam eingekesselt. Helfen Sie den Ingenieuren. Na genau südlich von mir gerade. So. Wir dachten, Sie sind tot. Holen wir uns zurück, was von der Stadt übrig ist. Was Schlimmes passiert. Das spüre ich. Bin unterwegs. Neues Bonusziel. Ich bin Aliens erledigt. Alle Mann raus hier. Los, 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 los. Danke, Sir. Ich dachte schon, das war's. Sir, diese Aliens haben uns festgenagelt. Wenn wir im Gebäude sind, ist alles okay. Aber sobald jemand feuert, kommen Sie durchs Fenster und fressen ihn. Können Sie uns helfen? Er gehört mir. Ich gebe Ihnen die Spezialein. Ja gut, ne. Da kommt zu... Wieso laden? Ich muss doch neu starten. Ich habe doch rein, gar nichts. Ah. Das waren zu viele. Da konnte ich jetzt auch nichts mehr machen. Ich konnte die Alien-Patrouillen bis jetzt umgehen. Die wissen nicht, dass ich hier bin. Okay. Meine Leute sind in der ganzen Stadt versprengt. Wenn wir die Stadt zurückerobern wollen, müssen wir unsere Truppen zusammenziehen. Komm mal anders. Die Aliens haben unseren Hakt. Die Desintegratoren der Aliens haben einen. Wir dachten, Sie sind tot. Holen wir uns zurück, was von der Stadt übrig ist. Was ist denn hier? Aliens erledigt. Alle Mann raus hier. Los, 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 los. Danke, Sir. Ich dachte schon, das war's. Ich bringe das Ding zum Laufen. Melde mich zum Dienst. Neues Bonus-Bezicht. Einheit befördert. Einheit geworden. Kam denn diese Masse? Ach, da kommen sie. Einheit bereit. Neues Bonus-Zie. Ich hab mal einen Anihilator. Ich hätte den Shootover-Walls, ja. Aber mehr sonst auch nicht. Hol mal da unten hin, bitte. Musik ist neu. Bonus-Ziel erreicht. Bonus-Ziel erreicht. Okay, was liegt an? Alles für die Nachricht. Nehmen Sie das öffentliche Kraftwerk ein, um die verlassenen GDI-Basis zu aktivieren. Denken Sie daran. Wenn Sie alle Ingenieure verlieren, war alles umsonst. Ja, ja. Ist der Weg sicher? Passiert schon nicht. Entweder ihr einsatzbereit. Neues Bonus-Ziel. Einheit befördert. Feindliche Einheiten in sich. Neues Bonus-Ziel. Gebäude erneut. Ah doch, danke. Bonus-Ziel erreicht. So, dann mal alle da hin. Mit den RGB-Tower. Dort muss ich auf jeden Fall hin. Da muss ich ganz dringend hin. Gab es nicht irgendwo... Ach, hier müsste doch noch eine Kaserne sein. Ja, das ist eine Kaserne. Okay. Raketentropp aufgelast. Marschbefehl bestätigt. Melde mich zum Dienst. Einer. Ein Arsenal ist das gut. Ganz ruhig. Gebäude eingeladen. Bonus-Ziel erreicht. Unsere Basis wird angegriffen. Arsenal ist einsatzbereit, Sir. Wir können die Infanterie heilen. Ja. Oder verstärkt auch noch. Einheit befördert. Einheit verloren. Bereit. Er kann schön heilen. Ich kann die nicht mal reinschicken. Seid vorsichtig. Toll. Einheit wird angegriffen. Konzentriert euch. Ganz bewusst. Da ist ein Haus. Unsere Basis wird angegriffen. Schön, dass ich nur... ...jagen wir ein paar Aliens. Da ist auch noch... ...zauber ein Raketentrupp. Einheit befördert. Einheit wird angegriffen. Überlebt doch schon noch. Ich glaube an euch. Können wir schon alles. Das dauert nicht lange. Unsere Basis wird angegriffen. In einer Sekunde. Aliens! Verdammt! Seht euch das an! Alles bereit. Allt abgeschlossen. Feindliche Einheiten in Sicht. Ingenieur einsatzbereit. Da sind noch zwei weitere. Die Golde eingeladen. Das würde mir auch nichts bringen. Ich muss da oben hin. Okay. Kriegen wir los. Jetzt greift er das an. Wird repariert. Einheit wird angegriffen. Unsere Basis wird angegriffen. GDI-Platoon Beta ist einsatzbereit, Sir. Halte die Waffen bereit. Lass sie nicht aus den Augen. Komm mit. Sieh sie anvisieren. Komm mit da unten hin. Ja, Sir. Gebäude wird gesichert. Alles bereit. Anda? Oh mein Gott. Bin unterwegs. Okay. Bereite Kontrollcodes vor. Puh. Das hätte jetzt dezent schief gehen können. Die Basis wird angegriffen. Die Basis ist voll einsatzbereit, Sir. Bereit. Einsatzziel erreicht. Ausbildung. War sowas von schief. So, du krieg mal eine hellen Stufe. Ich habe ihre Code. Perfekt. Feindliche Einheiten in sich. Ich habe ihre Code. Jetzt gehe ich sterben. Bereit. Einheit wird vor. Sehr schön. Ich habe, was ich brauche. So, du da rein. Und jetzt. Ja. Ne? Was sonst? Außer Disruptoren. Mann. Ah. Ah. Ach, das hier habe ich verloren. Ah. Egal. Alles bereit. Gebäude eingenommen. Sonic's ready. So, versuch mal. Einheit befördert. Das zu holen. Aha. Aha. Ich könnte ja natürlich noch... Ist nur... Ist das... Ne, das ist einer. Komm, warum nicht? Ich habe ihre Code. Das kommt dir gerufen. Hol den mal. Hä? Ich dachte, ich habe... Einheit geborgen. Okay. Gebäude eingenommen. Worte nicht eingenommen. Sonic Tank, ready to go. Aber ich habe nichts gegen Luft gerade die ganze Zeit. Ausbildung. Feindliche Einheiten in sich. Bau unterbrochen. Zehn Stück sollten reichen. Raketentrop einsatzbereit. Unsere Basis wird angegriffen. Raketentrop einsatzbereit. Raketentrop einsatzbereit. Die tun ein bisschen weh. Raketentrop einsatzbereit. On the way. Weg dich mal da hin. Raketentrop einsatzbereit. Raketentrop einsatzbereit. Na? Raketentrop einsatzbereit. Schade. Moving. Sonic Tank, ready to go. I'm here to go now. Raketentrop einsatzbereit. Blow them away. Raketentrop einsatzbereit. Raketentrop einsatzbereit. We've got them now. Raketentrop einsatzbereit. Sonic Tank, ready to go. Ich frage mich weiter, warum die nicht angegriffen haben. Sonic's powered up. Blow them away. Unsere Basis wird angegriffen. Ready for battle. So, steigt euch hier hin und dann haben die keine Chance mehr. Ready for battle. Raketentrop kampfbereit. Raketentrop vorwärts. Sonic Tank, ready to go. Move out. Engage Sonics. Ready for battle. Einheit, wir tun. Resident status green. We've got them now. We have a target. We've got them now. Let's break them down. Raketentrop einsatzbereit. Gut, dass sie nicht geupcoredet sind, sonst wären die ein bisschen schlimmer dran. Zu töten. Jetzt geht doch mal deine Heldenstufe. We've got them now. Die bluten zwei in einer anderen Farbe. Aber sie bluten. Macht sie fertig. Das ist aber schön gesagt. Sonic's powered up. Sonic Tank, ready to go. We've got them now. We've got them now. We've got them now. We've got them now. Let's break them down. Schön, dass ich beide gleichzeitig getroffen habe. Jetzt sehr schön. Das wollte ich doch wissen. Our base is on the ground. So. Dann ist es strong 1. Jetzt geht man da hin. Durch kommen die von hinten. Die Eifflation Beta ist einsatzbereit, Sir. Sir, die Aliens haben uns festgenagelt. Eine Bewegung und wir sind erledigt. Können Sie uns helfen? Ja, ja. Einheit gefördert. Bonus Ziel erreicht. Aliens erledigt. Scharfschützen Team ist unterwegs. Los, los, los. Danke, Sir. Sammeln wir unsere restlichen Männer ein. Soll jetzt alles kein Problem mehr sein. Einheit wird angegriffen. Feindliche Einheiten in Sicht. Stimmt, äh, ich bräuchte... Jeweils. Weil ich will ja... das Gebäude einnehmen. Das spürst du? Okay. Ich will mal wissen, wie du das spürst. Alienflugobjekt zerstört. Auf Luftfluchtvektor einschwecken. Los, 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 los. Danke, Sir. Jetzt schlagen wir zurück. Insicher. Ah. Bonus Ziel erreicht. Ausbildung. Und noch zwei weitere. Eine dahin. Ich habe Ihre Code. Eine dahin. Einheit befördert. Ich habe Ihre Code. Und die Arbeit. Sonic Tank, wir haben dich um alles. Einheit verloren. Einheit wird angegriffen. Ja, jetzt zu platzen. Haben die ernsthaft... Ausbildung. Bau unterbrochen. Den ein... Ingenieur getötet, der hier stand. Einheit befördert. Ich habe Ihre Code. Ach ne, der ist schon drin. Okay, auf Sie, auf Sie. Unterwegs. Unterwegs. Ja, die verliere ich jetzt. Ist aber okay. Alles bereit. Da hast du. Prost. Einheit wird angegriffen. Da bist du. Wir kommen. Na dann. Meins. Jetzt darf ich bauen. Ja. Gute Arbeit, Commander. Oder auch nicht. Ja. Lass noch... Explodieren nochmal das Gebäude, was gerade zerstört wurde. Ist okay. Spreng es hoch. Spreng es... Äh, habe ich doch, oder nicht? Oh. Naja, egal. Gut, das war's mit Stuttgart. Vielen Dank für so sehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst doch ein Like da. Und wir hören uns dann hier in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Chirio. Bis dahin. 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 Bis dahin.